dann wurde wird da noch mal weg und da und da und da und da und da er es geschafft war noch da das ding ist auch weg nur schnell von der seite passt unsere kürbisse sind gewachsen passt doch eigentlich oder oder nicht passt dann machen wir die mal wieder weg dann können wir nicht aus denen mal sahen oder ja 20 Uhr natürlich schon dann ziehen wir auch noch mal schnell durch fertig naja ganz durch werden wir es nicht schaffen erstens weil das Teil abkackt davor aber so zehn haben wir noch doch wir könnten zu werden zu werden zu schaffen können eigentlich 5 wird knapp dann probieren wir uns gleich nochmal aus ich mache mir noch mal schnell gleich nochmal eine neue nein so naja das funktioniert ja eigentlich super ne bauen wir es mal so so geht das doch passt doch eigentlich also ich finde es und die sich auch schnell wechseln vor ich kann man schnell das gewachsen ist okay nein so schnell ist nicht gewachsen ich glaub das waren 5 5 4 folgen glaube ich oder 5 folgen jetzt haben wir auch mal eine steining steinhacke so es passt genau jetzt wir kennen wir kennen wir kennen mit bis so das ist eigentlich auch cool aus hier statt Kies mit dem Weg ne ä falsch bin ich blöd nein genau daraus ist ein Feuerstein geworden na toll naja wurscht dann haben wir da jetzt erstmal ein Loch drin und es wird wieder Nacht es wird wieder Nacht eigentlich wollte ich mir schnell nochmal Brot holen das war eigentlich gerade das Ziel dass wir hierher gekommen sind aber naja es wird Nacht okay da gehen wir doch schnell nochmal nach oben schlafen holen dann Weizen und dann machen wir uns daraus ein Brötchen Brot und da ist noch offener toll äh so zu mit einem gekonnten Sprung hops auf ein Schaf okay wir können schon nicht mehr laufen das liegt darin weil wir Essen brauchen wir können schon nicht mehr laufen das liegt darin weil wir Essen brauchen hier ok 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 Weizen Samson auch umbenannt in der Zehnten 1.9.1. einspunkt 9.9 ich weiß nicht Nee 1.7.10 oder weiß jetzt nicht mehr Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. So. Da fällt immer ein bisschen was rein. So schlecht. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen wieder was hin. Kennt ihr ja. Der schöne, der liebe Bauer. Bestellt sein Feld. Und hopps. Gut. Ich glaub, da hab ich grad ein falsches weggehauen. Deja. Äh. Da nochmal und da nochmal. Hm. Vielen Dank.